Schnick, schnack, schnuck. Oh, schon wieder verloren, ey. Oh, nochmal. Schnick, schnack, schnuck. Schon wieder verloren, ey. Hermann, du bist wie so ein Gast von einer Straßenbahn. Du musst mal ein bisschen auf deine Linie achten. Komm, das war ein Spaß, ey. Da läufst du jetzt aus dem Tor raus. Da hängt im Tor, da hängt ein Viech. Ein Leguan im Netz, oder was? Sieht aber so aus. So ein Kack da, so wie so ein Drach. Scheiße. Hauptsache, ihr habt euch alle verpisst, das ist natürlich klar. Und wer kann das jetzt hier machen? Da muss ja die Eier in der Rose haben, das Vieh da rausholen, ey. So. Sag mal, was ist das denn? Ein Leguan. Das ist ein Croissant, du Arschloch. Wie viel kann man eigentlich gesoffen haben, Mensch? Komm jetzt zurück ins Tor, verdammt ab. Stefan, was spielst du denn heute so zurückgezogen? Ach so, machst du wie die Super League. Einmal rolle rückwärts, ey. Ja, und der Präsident von Real Madrid, der Perez, der so federführend in der Super League, meinte so, wir müssen am Spiel auch was ändern. Für die jungen Leute sind 90 Minuten zu lang. Wenn du so eine Aufmerksamkeitsspanne von so einem TikTok-Reel hast, da sind 90 Minuten auch mal das komplette Leben. Dann mach doch einfach zweimal drei Minuten mit 17 mal auswechseln. Real Madrid, ey. Wir haben so viele Schulden, hat selbst Peter Zweig hat gesagt, komm, wir lassen's, meld die Scheiße ab. Andi, bei deinen Fallzahlen bist du ab heute aber auch Risikogebiet, ne? Boah, Mann ey. Stefan, erfolgreich ist auch anders, ne? Die CDU hat den Laschet und wir haben dich, die Lusche. Von die Skyline zum Bordstein zurück. Ne, heißt für Fredi Bobic. Wenn ich einen Neustart mache, dann gehe ich doch nicht von Frankfurt zum Big City Club und sage, ja, hier wird jetzt alles besser. Für die Eintracht geht es jetzt erstmal zu den Pillendrehern nach Leverkusen. Ne, am Wochenende, das passt so ein bisschen, weil die Eintracht ist nach dieser ganzen Gladbach-Hütter-Posse wie so eine Kopfschmerztablette in einem Wasserglas, etwas aufgelöst. Ne? Gut, bei der SGE, da gibt es jedenfalls Fans, die dahinter stehen, im Gegensatz zu Leverkusen. Was ist der Unterschied zwischen Leverkusen und der Straßenbahn? Die Straßenbahn hat mehr Anhänger. Kevin! Boah, der ist so hohl, der hat seine Buchstabensuppe jetzt Passwort geschützt. Zum Schluss noch ein paar ernsthafte Worte. Der wahre Fußball, der findet immer hier statt. Und nicht im kleinen Kreis der elitären Super-Milliardäre. Verkauft doch nur noch VIP-Tickets, am besten. Gründet Clubs wie Mastercard, Unity-Media-Mailer. Verändert aber nichts. Die Pyramiden wurden ja auch nicht von oben nach unten gebaut. Ein weltoffener Fußball, so wie er ist, der startet immer hier. An der Basis. So ist es und so wird es immer bleiben. Dann sei noch mal gesagt, Mann ey! Ich glaube, es hackt! Ich mache hier nicht mehr weiter! Legen die mir auf die Trainerbank ein Krokodil!